Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zu täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und mal sehen, was uns diesmal der Hund auf den Teppich gemacht hat. Und ich kann euch sagen, diesmal ist es ein gewaltiger Haufen an Drama zwischen Jelis und auch Janik mal wieder. Ich hatte ja schon den ersten Podcast für euch thematisiert, könnt ihr auch gerne in der Playlist reinschauen. Und wenn ihr Gossip dieser Art mögt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Ich würde mich sehr freuen, 50% gucken mich immer noch ohne Abo und hier versäumt ihr überhaupt nichts mehr rund um die Gossip-Welt. Mir entgeht fast nichts und ich habe natürlich auch meine Schwerpunkte auf dem Kanal, aber versuche auch die wichtigsten Sachen immer für euch zu thematisieren und durchzugehen. Und ich möchte ja auch zu Beginn Plakat Gossip 3.0 loben und auch grüßen, genauso wie den OK Ciao Podcast, der dort auch repostet wurde, die sich sehr viel Mühe gegeben haben, das alles nochmal zusammenzufassen. Ich bediene mich daher daran, weil ich zu geizig bin, muss ich ganz ehrlich sagen, Janik 1,99 oder auch 7,99 im Monat zu zahlen, um diese Podcasts dort zu hören und das nicht einsehe. Von daher gehe ich davon lieber ein Eis essen, möchte aber hier wenigstens zu fair sein und Credits geben und schaut gerne bei den Leuten vorbei und folgt denen auf Instagram, wenn ihr denn mögt. Ansonsten geht es dann hier auch in die Folge 2. Janik und seine Zeit mit Jelis ist das große Thema in der Folge 2. Er spricht über Snow, wie sehr er sich weiter in Jelis verliebt hat, als er sie auch als Mutter erlebt hat. Also sie scheint das auf jeden Fall ordentlich zu machen und sehr liebevoll zu sein, weil ich ihr auch nie abgesprochen habe, auch wenn ich sie als Drama-Queen einordne, aus Gründen. Am 21.8. haben die beiden offiziell gesagt, dass sie zusammen sind, also im letzten Jahr. Er verneint, dass er in der Zeit, wo er mit Rotscha und Ibiza war, mit anderen Frauen geflirtet hat, trotz Aussagen von anderen Menschen. Aber gut, kann man nicht beweisen. Ja gut, also was wollen wir da jetzt sagen zu? Ja, also was ist heutzutage auch ein Flirt? Ist jetzt ein bisschen haha, hi, hi und ein bisschen quatschen ein Flirt? Oder ist ein Flirt dann erst so, wenn es dann auch interessehalber Richtung Nummern austauschen geht? Und wirklich, ja, also darf man nicht mehr freundlich miteinander sich unterhalten als Mann oder Frau? Da würde ich schon sagen, das geht noch. Alles, was jetzt mit Nummern austauschen oder Körperkontakt ist, ist natürlich ein absolutes No-Go. Und, ja, kann man aber auch anders sehen, ja. Also am besten, man fliegt auch mit der Frau in Urlaub und nicht alleine, ja. Und dann gut. Dann geht es um die Ausstrahlung von Make Love, Fake Love. Er erzählt, dass Jedis und Max bei einer Reunion geflirtet haben und das seitdem bei jedem Treffen passiert ist, bis Yannick die Hand ausgerutscht ist. Das hatten wir alle schon mal gehört, übrigens auch in seinem Statement damals, das ist jetzt nichts Neues. Bis Yannick die Hand ausgerutscht ist bei Max, er ist wieder sauer auf Jedis, weil sie mit ihm rausgegangen ist. Jedis wollte die Show nicht mit Yannick initial gucken, hat es dann doch gemacht, aber sie verbat Yannick, die Folge zu kommentieren. Yannick wiederholt, dass ihn die Szenen der Show nicht gestört haben, sondern all das, was danach passiert ist. Die Folgen sind alle ultra kurz, im Prinzip haben sie einen Podcast in sechs Teile geschnitten, also auch ziemlich Abzocke. Gut, 1,99 ist jetzt auch nicht die Welt, aber ich finde das schon eine ziemliche Frechheit, weil wie gesagt, lass das jetzt 1.000 oder 2.000 gemacht haben und die erwarten dann wirklich für das Geld dann auch einen gewissen Content und dann kriegen die da quasi einen Podcast so abgeschnitten, der einmal aufgenommen wurde, dann ist das jetzt auch nicht so das Gelbe vom Allplus, dass wir das jetzt hier auch, was in Folge 2 uns erzählt wurde, auch alle schon bewusst haben und bei Folge 1 war jetzt das auch alles nicht so null, weil wir haben ja auch sein Statement hier noch auf dem Kanal, übrigens glaube ich auch der einzige Kanal, der das komplette Statement noch auf dem YouTube-Channel zur Verfügung gestellt hat für euch. Also lohnt sich ein kostenloses Abo, wenn ihr sowas nicht mehr verpassen wollt, ja, also ich kann es nicht oft genug sagen, ich verstehe die Leute nicht, hier ist alles aufgefasst worden und zusammengefasst worden. Ich werde auch, wie gesagt, eine Playlist machen, Jelis, Jimmy und Janik kommt da auch einfach mit rein, ja, zumindest was er zu Jelis sagt. Dann geht es ja weiter, Folge 3, die ersten Make-Love-Fake-Love-Podcasts, Janik erzählt, wie eifersüchtig Jelis ist, ihm verboten hat, Frauen zu folgen, das ist natürlich hardcore lächerlich, also folgt, wem ihr wollt, also ich würde auch meiner Freundin nicht sagen, jetzt darfst du dem nicht folgen, das ist Fred Pitt, was ist denn der jetzt zurück, also so, keine Ahnung, mich würde es eher stören, wenn die dann mit irgendwelchen Typen da schreibt und anstatt mit mir die Zeit zu verbringen oder ich merke, okay, das geht in so eine komische Richtung, das geht dann halt nicht, ja, aber so ein bisschen Leuten da mal zurückfolgen oder mal ein Like bei seinem Lieblings-Promi lassen, das stört doch eigentlich keinen normalen Menschen, oder? Sind dann aber in der Phase, Max gefolgt ist, also dann als nächstes fühlt er sich von Jelis Schwester-Felis hintergangen, da sie alle Melklaff-Fake-Love-Kandidaten unter Vertrag genommen hat und sie alle managt, also auch ziemlich abgezockt, aber auch cleveres Business, also das hatten wir aber auch alle schon in seinem Statement, meine ich, gehört, das kommt mir auf jeden Fall alles ziemlich bekannt vor. Erster Todesstoß, als der Podcast von RTL mit Max und Fabio veröffentlicht wurde, hat Jelis dies auf Social Media geliked und kommentiert, Felix soll bei der Aufnahme sogar dabei gewesen sein, Janik ging es super schlecht, weil er es an allen Seiten Bedrohungen führte, kann man auch verstehen, durchaus, dass es natürlich so ein bisschen eklig ist, aber dann geht es dann weiter. Janik versuchte mit Jelis zur Vernunft zu bringen, aber sie sah es nicht ein, dass sie den Ring von Max nicht tragen darf, das ist natürlich auch das allerletzte, also stellt euch vor, eure Perle oder euer Kerl trägt da noch den Ring von der Ex oder dem Ex, also der Affäre, also da würde ich auch sagen, also da wäre ich auch so ein bisschen theatralisch, da würde ich den, glaube ich, auch in die Spree werfen, den Ring und sagen, ihr dummen Punkt, 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 ja, ihr könnt mich alle mal. Ja, dann geht es hier weiter. Mit Max schreiben und telefonieren soll und ihre Schwester die anderen Kandidaten unterstützt. Er versuchte mehrmals mit ihr Schluss zu machen, aber das, aber hat das nicht durchgezogen, also auch immer ein bisschen komisch, also, wenn man als erwachsener Mann das nicht gebacken kriegt, aber dann gut, Übergang zur Berlin-Story. Er flog dahin, um nicht zu Fabius Geburtstag gehen zu müssen. Nachdem er gebucht hat, sagte Jelis den Geburtstag ab, als er danach immer noch nach Berlin flogen wollte, machte sie Schluss. Ja, auch hardcore lächerlich, das war diese Eskalation, habe ich auch zusammengefasst. Wie gesagt, das Bild auch nach Folge 3, ja, ob man, wie gesagt, ich sage dazu nochmal zum Ende was, wie ich das jetzt so empfinde. Aber größtenteils bin ich jetzt immer noch bei Yannick, da hätte man jetzt aber auch einfach sein Statement sehen müssen vor einigen Monaten auf diesem Kanal und das hätte einen auch ausgereicht als Information, also wir haben jetzt keinerlei Mehrwert, uns diesen Podcast dort zu kaufen. Was geschah in Berlin, als jedes mit ihm Schluss machte, sind Yannick die Sicherungen durchgebrannt. Yannick hat viel getrunken, lernte zwei Frauen kennen, lud sie zu sich ins Hotel ein und der Rest ist Geschichte, also gleich zwei Frauen. Der Gürtel ist tatsächlich einfach so kaputt gegangen, es gab wohl auch nie Schweilgeld, etc., aber die Freundin von seinem 100 Cent hat wohl alles, vieles gepetzt. Das ist natürlich auch das allerletzte, dann als Girl dann mal gleich dann zu pätzen und zu sagen, ja, übrigens meine Freundin ist mit deinem Schwiegersohn, nee, was ist das, Schwäger, die Kiste, oder Schwager, nicht Schwäger, Schwager in Spee, also weiß ich nicht, also macht, keine Ahnung, mag petzen nicht. Jedes brachte das dann an die Öffentlichkeit und Yannick geriet in Panik, vor allen Dingen, weil er da auch noch nicht war, er war nicht zusammen, trotzdem muss man nicht mit der Erstbesten ins Bett gehen, also das gilt für Männer und Frauen, finde ich, richtig abartig, möchte ich auch nochmal so unter, aber er hat nichts Verwerfliches gemacht, weil er zu dem Zeitpunkt getrennt war, ja, man kann nur über das Moralische nachdenken, ob das cool ist, aber dann halt zu petzen, also nicht petzen mochte ich nie. Er betreut, dass er ihr sonst zu 100% treu war, ja, die Heldwelle war wohl sehr krass und traf sogar Roger, seinen besten Freund und Podcastpartner, also der, der da im Podcast mit ihm auch zu sehen war. Sida und Fabio versuchten mit ihm zu telefonieren, aber Yannick meldete sich nicht. Sida entfolgte ihm kurz darauf, Yannick spricht über das 20-Minuten-Statement und wie ungerechnet er sich behandelt gefühlt hat. Nach dem Drama wurde ihm klar, dass er jetzt berühmt ist und engagierte Roger als sein Manager. Kleine Offenbarung, die Aufnahme von ihm auf Ibiza, wo er angeblich jedes vorher Bedrohung haben soll, stammte aus Mallorca und vor Melklaff-Felklaff. Bisher kann man sich den Podcast sparen, da wir das alle schon wissen, ja, definitiv. Nur was für alle Leute, die ein Recap brauchen, die das zu spät zum Thema dazugestoßen sind. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das bis jetzt eine absolute Frechheit und das ist jetzt schon Folge 4, also sind 4 Sechstel des Podcasts bis jetzt schon mal hardcore unnötig. Ja, dann geht es hier mit Folge 5 weiter, Liebes aus. Jedes und Yannick waren zum ersten Mal offen zueinander. Och, traurig nach einem halben, dreiviertel Jahr Beziehung. Also gut, manche Leute, also da bin ich lieber die nächsten 100 Jahre Single, als so eine Scheißbeziehung zu führen. Also wirklich, Jedes lockerte ihre Anforderungen, aber diesmal hatte Yannick Aussprüche oder Ansprüche, Ansprüche, nicht Aussprüche, sorry. Sida war in Ordnung, aber sie wollte nicht, dass sie Kontakt zu Max und Fabio hat. Generell soll Make Love, Fake Love der Vergangenheit angehören. Er wollte etwas Abstand haben, aber dann überraschte Jedes ihn mit Snow. Er unterstellt ihr, dass sie Snow ausnutzt, um ihn emotional zu manipulieren. Er nannte sich und Jedes Mann, Mama und Papa. Na gut, kann man jetzt auch von halten, was man will. Klar ist er irgendwie auch der Ersatzvater. Ich glaube auch, dass man über ein paar Monate auch eine Bindung zum Kind aufbaut. Aber ich finde, er stellt sich da auch schon immer so ein bisschen so hin, wie dieser Mitkalkül, wie halt der perfekte Mann den Frauen sich wünschen. Weil er auch eine alleinerziehende Mutter quasi akzeptiert und das Kind wie das eigene aufziehen möchte. Und das betont er ja auch immer tausendmal. Und das wirkt halt so ein bisschen drüber. Es geht dann weiter. Er sagt, dass Jedes wohl den Schock in Berlin brauchte und das Feuer wieder ausbrach. Aber für ihn war klar, dass es vorbei mit den Beilen ist. Also trotzdem waren sie ja dann anscheinend doch noch mal ein paar Wochen leer. Zumindest wirkte das jetzt so auf mich. Grund Jedes sagte, dass sie die Boys von Make-Life-Fake-Life nicht mehr braucht und den Kontakt abbricht. Sie repostete aber, bevor Yannick Erlaubnis erteilen konnte, eine Story von Fabio, wo sie markiert wurde. Das ist dann auch hardcore lächerlich, da irgendwelche Erlaubnis zu erbitten. Genauso wie er auch keine Erlaubnis braucht, um meiner Frau zurückzufolgen, mit der er vielleicht irgendwie ein nettes Gespräch geführt hat, businesstechnisch aus diesem Trash-TV-Kosmos oder keine Ahnung was. Das ist ja auch oft Höflichkeit. Da muss ja nicht mal gleich was laufen. Meine Güte, sind die alle verunsichert. Obwohl Jedes sich super viel Mühe gab, er Snow so sehr liebte, konnte er nicht mehr mit ihr zusammen sein. Das glaube ich jetzt aber irgendwie auch nicht. Ich glaube, der hat schon gemerkt, dass er sich jetzt lieber mal eine andere suchen soll, die nicht so ein wandelnder Red Flag ist wie Jedes. Dann geht es hier weiter. Er teilte ihr das mit, blieb noch ein paar Tage für Snow und ging dann nach Hause. Auch komisch. Er sagte, dass Jedes wusste, warum Schluss ist und es nicht stimmt, was sie in ihrer Story erzählte. Alles hier auf dem Kanal zusammengefasst. Also schaut da gerne nochmal rein. Und dann kommen wir auch schon, also das ist jetzt auch nichts ultra Neues, also wow, die Wahrheit. Also wir haben im Prinzip das alles hier schon vor Monaten auf dem Kanal gehabt. So, dann kommen wir zu nach der Trennung, also dem sechsten Teil, den sechsten Podcasts. Und es geht weiter. Jedes nahm bei einem Event von Dr. Attila teil. Eigentlich sollte er und ihre Familie teilnehmen, aber nach der Trennung nahm Cedar, Max und Co. mit. Da war für ihn klar, we are never ever getting back together. Aufgewärmt schmeckt sowieso nur Gulasch, aber dann gut. Nachdem Jedes das Event postet, oh Gott, ich bin doch echt aber auch fies. Es ist aber hier auf 40 Grad im Zimmer und es ist 3 Uhr nachts, wo ich das gerade für euch aufnehme, dann kann ich schlafen. Also halt, da bin ich böse, ja. Nachdem Jedes Event postet, schrieben sich Jedes und Janik folgende Nachrichten. Janik, Punkt, 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 dich, Punkt, Punkt, dich aus meinem Leben. Das Spiel kann ich besser. Jedes, hi, du hast dich doch getrennt. Janik, Punkt, 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 halt's Maul. Und am nächsten Tag rumgefüllt. Janik schreibt mir nie, schreibt mir nie wieder und guckt besser nie wieder. Und meine Story ist auch ziemlich peinlich von Janik. Also auch ein ziemlich gekränktes Ego. Also auch dann irgendwie doch mehr Männchen als Mann. Muss man auch ganz offen sagen. Klar, ich kann das aber auch verstehen. Jeder ist mal emotional und auch mal zickig. Das war ich in der Vergangenheit auch. Aber irgendwie so ein bisschen mehr Gelassenheit und Coolness finde ich männlicher und irgendwie attraktiver auch bei Menschen, wenn die dann halt sagen, okay, das sollte jetzt hier nicht sein. Dann kann man auch einmal die Meinung sagen, dass man das scheiße findet und nicht cool. Aber man muss ja nicht persönlich dann irgendwie werden. Janik kommentierte, dass man ja in Beziehungen sich öfter so beleidigt, dass sie alle machen würden. Sonst wäre es ja langweilig. Okay, Janik, das finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Ich finde, man sollte sich jetzt nicht in Beziehungen rumbeladigen. Aber gut, Jedes soll ihm einige Tage später wieder mit, wie geht's dir geschrieben haben. Also sie bringt sich wieder in die Gedankenwelt des Mannes. Versucht natürlich nicht in Vergessenheit zu geraten. Und guckt mal so ein bisschen. Also ihr könnt ja mal als Ladies unten reinschreiben, eine Frau oder auch einen Mann. Wir schreiben nie ohne Grund. Oder? Seien wir doch mal ehrlich. Schreibt das gerne mal unten hier rein. Wenn man jetzt einen Typen schreibt, na, wie geht's dir? Oder als Typ auch einer Frau, dann hat man da auf jeden Fall definitiv meist mehr Interesse, als jetzt nur zu wissen, wie es den Leuten geht. Klar gibt's auch freundschaftlichen Kontext. Aber gerade, wenn man irgendwie was miteinander hatte, finde ich schon, dass das so ist. Oder wenn man geflirtet hat und cool, dass es meistens irgendwie so ein Vibe halt hat. Na, gekommen sein, aber darauf ist er nicht eingegangen. Er versuchte aber, nach Kontakt zu ihr zu halten, um zu versuchen, ein Vaterfigur für Snow zu sein. Aber die lehnte sie ab. Das ist ja auch vollkommen verständlich, dass man als Frau dann auch sagt, okay, der will jetzt irgendwie mit mir nichts haben. Und der ist nicht so eigentlich gut mit mir umgegangen. Warum soll der jetzt meine Tochter dauernd sehen dürfen, die einen anderen leiblichen Vater hat? Also da wäre ich auch ziemlich egoistisch, glaube ich, an ihrer Stelle, weil ich ihm das auch nicht abnehme, dass der jetzt wirklich Bock hat, 18 Jahre der Vater fürs Snow zu sein, nach ein paar Monaten Beziehung. Also kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Klar gibt's das, wenn man über Jahre eine Bindung aufbaut oder auch über Monate, kann das theoretisch sein. Aber sorry, also ich nehme ihm das jetzt irgendwie nicht ab. Ich glaube, da steckt auch viel Kalkül hinter, um auch nicht zu einseitig zu sein. Weil ich bin ja schon so ein bisschen pro Janik eher als Jeles. Aber trotzdem, gehen wir weiter. Dann ging es um Jimmy. Janik versteht es nicht, wie er Snow im Stich lassen kann. Verstehe ich auch nicht. Da gehe ich mit ihm mit. Dass er Snow nur die ersten drei Monate gesehen hat und danach nicht mehr. Ja, eine neue Freundin und die ganze Familie Ochsenknecht hat anscheinend mit Jimmy momentan nicht so viel zu tun. Janik vermutet die Verlobte von Jimmy, Laura, ja, dahinter. Aber er kennt den Grund nicht. Ich gehe auch sehr davon aus, dass es Laura ist, die da der Störfaktor in der Familie und auch zwischen Jimmy und Jeles ist. Weil Jimmy sich seitdem auch in dieser, wo ich ja zugegen war, bei der Premiere bei Sky, absolut rausgehalten war. Der war auch der einzige Ochsenknecht, der nicht dort bei der Sendung war, außer der Papa halt, der da gar nichts mehr zu tun hat. Der übrigens auch bei der Hochzeit von Cheyenne war, aber nicht gezeigt werden wollte. Der war dann durchaus da, aber der hat ja gesagt, zu Sky gesagt, der möchte hier nicht gefilmt werden. Was ich auch verstehen kann. Geht so weiter. Und dann kommt er zur Story, dass er angeteasert hat, Jimmy soll seinen Anwalt beauftragt haben, Jeles Anwalt zu kontaktieren, um ihn anzubieten, dass Janik Snow adoptieren kann. Okay, das ist natürlich eine krasse News. Janik hätte das gemacht. Er vermutet, dass Jimmy versucht, die Unterhaltszahlung rauszukommen. Das ist natürlich richtig abartig. Und zeigt dann auch wieder, dass so ein Typ, der eigentlich das relativ leicht im Leben hatte, weil er Ochsenknecht heißt. Und ich mag seinen Bruder sehr gerne, aber ihm habe ich jetzt auch die Pfeife geraucht, durch die Nummer jetzt hier, was ich hier so lese. Kommt mir alles schon so vor, als wenn das auch was dran wäre. Der soll ja auch irgendwie so ein bisschen finanzielle Probleme gehabt haben. Hat ein Finanzamt im Co. Kriegt man schnell in Deutschland mal Stress oder kann schnell mal Stress bekommen. Kann man ja alles regeln. Finde ich jetzt auch nichts Verwerfliches. Aber wenn man dann so aus der Unterhaltszahlung versucht rauszukommen, irgendeinen fremden Typen dann zu sagen, ja, du kannst ja ruhig das Kind adoptieren, das finde ich dann schon ziemlich abartig. Am Ende geht es um den Podcast selbst. Wöchentlich werden die beiden über ihre Abenteuer sprechen, Interviews mit anderen Social-Media-Persönlichkeiten halten und um die Freundschaft zwischen ihm und Roger. Er war wohl mit Yannicks Schwester zusammen und danach sind sie Besties geworden. Ja, Gott. Schönen Dank auch. Fazit, es ist für mich absolute Abzocke, was wir jetzt dort für 1,99 oder auch für 7,99 bekommen. Ich hoffe, er teilt wenigstens das Geld mit seinem Bestie. Ja, und die kriegen dann wenigstens beide ihren Euro da pro Mann oder Frau, die dort gebucht haben. Ich bin froh, dass ich mir das gespart habe. Danke auf jeden Fall hier Plakat, 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 Plakat Gossip 3.0 fürs Teilen und auch Okay Ciao Podcast fürs Zusammenfassen. Haben wir uns auf jeden Fall viel Zeit gespart. Ihr habt jetzt quasi in 20 Minuten das erfahren, was wir sonst in, ja, wahrscheinlich zwei, zweieinhalb Stunden Podcast gehört hätten oder uns hätten anhören müssen, ja. Ich denke, das war jetzt so ganz interessant. Wir haben jetzt auch viel drumherum gehört und ich glaube, es hatte für euch einen gewissen Mehrwert. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, folgt mir überall und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, ciao. Ciao.